Ein herzliches Hallo an euch angehende Judges da draußen. Ich bin Xalas, euer Judge des Vertrauens und willkommen zu einer sehr, sehr wichtigen Folge How to become a Judge. Denn heute dreht sich das Video um ein durchaus essentielles Thema, mit dem sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Spieler gleichermaßen vertraut sein sollten. Und zwar, wann genau Karten ihren Aktivierungszeitpunkt verpassen und wie eigentlich das Thema Chamelok funktioniert. Kurz zur Klärung der beiden Begrifflichkeiten. Die Kategorie verpasstes Timing betrifft Effekte und deren Aktivierbarkeit abhängig von den vorausgegangenen Aktionen und deren zeitlicher Reihenfolge. Während sich ein Chainblock auf Schnelleffekte bezieht, die direkt auf die Aktivierung eines Effekts oder einer Karte reagieren und sich daran anketten müssen. Das gleiche Prinzip gilt übrigens auch für die Aktivierung von Konterfallenkarten. Der wichtigste Anhaltspunkt, ob ein Effekt überhaupt sein Zeitfenster verpassen kann, ist der Kartentext selbst. Bigger Effekte, mit dem Wort Falls, können wir für diese Interaktion von vornherein ausschließen, da diese ihr Timing grundsätzlich nicht verpassen können. Aber auch Karten, die mit einem Wenn geschrieben sind, können deswegen nicht automatisch ihr Zeitfenster verpassen. Pflichteffekte werden hier nämlich genauso behandelt, als werden sie mit dem Wort Falls geschrieben. Um das Fenster zur Aktivierung verweigert zu bekommen, muss der Effekt nämlich zudem auch noch optional sein. Oder kurz gesagt, nur optionale Wenn-Effekte können überhaupt die Aktivierungszeitfenster verpassen. Diese Regel lässt sich auch auf Schnellzauber- oder Fallenkarten übertragen, die mit einem Wenn formuliert sind und sich im Anschluss an eine bestimmte Aktion in der nächsten Kette aktivieren lassen. Ein Du kannst ist hier überflüsslich, da die Nutzung solcher Karten von Natur aus optional ist. Auch passiv angewandte Wenn-Effekte können unter Umständen ihre Wirkung durch ein falsches Zeitfenster verlieren. Dazu folgt im späteren Verlauf des Videos noch ein genaueres Beispiel. Der zweite Faktor ist, wann die für den Effekt benötigten Aktivierungsbedingungen erfüllt wurden. In der vorausgegangenen Aktion oder Kette muss nämlich genau das im Hinblick auf optionale Wenn-Effekte als letztes geschehen sein. Bieten wir ein solches Monster nämlich beispielsweise als Tribut an oder nutzen es für eine Beschwörung aus dem Extradeck, werden zuerst die Materialien auf den Friedhof gelegt und danach das Monster beschworen. Dadurch ist die letzte Aktion nicht, dass die Karte selbst auf den Friedhof gelegt wurde, sondern das neue Monster das Spielfeld betreten hat und der Effekt kann nicht genutzt werden. Schauen wir uns das Ganze mal in Bezug auf das Auflösen einer Kette an. Als Reaktion auf die Synchrobeschwörung unseres Chou Fengs aktiviert unser Gegner zuerst einen Kosmoszyklon und danach einen reißenden Tribut als zweites Kettenglied. Die Kette wird, wie gewohnt, von hinten aufgelöst, wodurch die letzte Aktion das Auflösen des Effekts von Kosmoszyklon ist. Dadurch reagiert die nächste Kette nicht direkt auf die Zerstörung von Chou Feng und der Effekt verpasst sein Timing. Allerdings ist nicht nur relevant, welche Karte oder welcher Effekt als erstes Kettenglied aktiviert wird. Effekte wie beispielsweise Seelnehmer, die verschiedenen Teile eines Effekts zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchführen, in diesem Fall durch einen Done-Effekt, können ebenfalls dazu führen, dass der Trigger-Effekt von Chou Feng nicht aktivierbar ist. Ein gutes Beispiel für einen passiv angewandten Effekt wäre der von magischer Schmelze. Dieser greift nämlich nur in Ketten, die direkt an eine Fusionsbeschwörung anknüpfen. Ist dies nicht der Fall, beispielsweise wenn die Fusionskarte nicht als Kettenglied 1 aktiviert wurde, ist es dem Gegner durchaus erlaubt, Karten und Effekte zu aktivieren. Eine letzte Sache gibt es noch zu beachten. Karten und Effekte, deren Aktivierung annulliert wurde, sind für das Verpassen des Aktivierungszeitfensters nicht relevant, da diese gar nicht erst aufgelöst werden. Es ist quasi so, als wären sie nie in der Kette aktiviert worden. Um das kurz zu visualisieren. Wenn die Aktivierung des Effekts von unserem Suani Feuer das Yang Sing auf dem Spielfeld zum Synchrombeschwören durch einen feierlichen Schlag negieren, ist der feierliche Schlag zwar Kettenglied 2, aber dennoch ist die Zerstörung von Suani die letzte Aktion, die beim Auflösen durchgeführt wird und wir können den Triggereffekt im Friedhof zu Beginn der nächsten Kette nutzen. Kommen wir nun zum Thema Chain Block. Diese Mechanik ist für Schnelleffekte und Konterfallen relevant, die auf die Aktivierung einer Karte oder eines Effekts antworten. Diese Art von Karten müssen direkt an das angekettet werden, worauf sie reagieren, ohne dass ein weiteres Kettenglied dazwischen liegt. Am häufigsten werden Chain Blocks durch die gleichzeitige Aktivierung von zwei oder mehr Triggereffekten erzeugt. Als kleines Beispiel normal beschwören wir Fremdenführer in der Unterwelt. Im Anschluss aktivieren wir sowohl ihren Effekt als Kettenglied 1, um ein Unterwendlermonster aus dem Deck zu beschwören, als auch den Effekt von Kagemucha Ritter, um ihn von der Hand zu beschwören als Kettenglied 2. Unser Gegner kann den Effekt von Fremdenführerinnen nun nicht mehr mit Aschenblüte verhindern, da diese nicht mehr auf den Effekt reagieren kann, auf den sich ihre Aktivierungsbedingungen bezieht. In diesem Fall wird die Interaktion dadurch ermöglicht, dass Triggereffekte sich immer am Anfang der Kette aktivieren, bevor überhaupt der erste schnelle Effekt genutzt werden kann und wir bei zwei optionalen Triggern die Reihenfolge selbst bestimmen dürfen. In einigen Fällen können wir allerdings auch einen schnelle Effekt für einen Chain Block verwenden. Angenommen, wir kontrollieren Artefakt Duckter und aktivieren eine Zauberkarte. Den Effekt von Duckter könnten wir nun und dessen Aktivierung anketten. Da wir unserem Gegner allerdings die Möglichkeit geben müssen, darauf zu antworten, kann dieser selbst einen schnelle Effekt aktivieren und dafür sorgen, dass Duckter nicht mehr auf die Aktivierung der Zauberkarte antworten kann und der Effekt wäre damit erfolgreich blockiert. Aber aufgepasst, nicht nur unser Gegner, sondern auch unsere eigenen Pflichteffekte könnten dafür sorgen, dass Duckter gechainblockt wird, da wir gegebenenfalls zu deren Aktivierung gezwungen sind. Und damit haben wir auch diese beiden Themen des Spiels hinter uns gelassen. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, zu welchen Themen ihr weitere Videos sehen wollt. Auch generelle Regelfragen sind erwünscht, diese könnt ihr mir beispielsweise im Discord oder in die Kommentare schreiben. Bis dahin hoffe ich, es hat euch gefallen, ihr habt was gelernt und viel Spaß beim Judgen.